Musik Meine liebe Jigsaw-Gemeinde, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Die schönen Folgen dieses wunderschönen, absolut bildhaft schönen Spiels kommen immer samstags raus. Ich weiß nicht, ob ihr das um Samstag guckt. Wie ich schon sagte, ich wünsche euch einen schönen Samstag und die scheiße, schweinescheiße kommt immer samstags raus und das war der Schweinekopf, Mann. Liebe Leute, ich, ich, wir haben hier letztes Mal, wir müssen hier ein verdammtes Grab finden und sollen wir da mal reingehen? Ich weiß nicht, wir gehen da erstmal rein, aber da kommen wir eigentlich her. Moment, wir müssen uns noch ein bisschen umgucken hier. Denn ich brauche gesunder Typo und da kommen wir ja raus, beziehungsweise wir gehen jetzt doch mal nach oben. Weil der Typ war ja oben da sich am Prügeln, vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, wir machen mal das hier, ne? Klettern, ne? Tabby Boy, ne? Geh mal hoch da und dann gucken wir mal, was da so gedroschen ist, ne? Den, 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 den Molotow-Mann hier haben wir letztes Mal, oder vorletztes Mal, glaube ich, relativ zügig ausgeschaltet. Ähm, da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Da liegt da an, der Penner hat nicht mehr was dabei gehabt, die dumme Sauna und egal. Wir gehen jetzt hier mal rein in den Bums und, äh, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will da eigentlich nicht rein, liebe Leute, Leute, Leute. Ah, wieder Scherben, verdammte Scheiße, immer diese verkackten Scherben. Also, das ist, ich hätte mir dreimal was um die Füße gebunden, dass ich diesen Scherben scheißen Haufen kacken müsse, ein bisschen, ich, ihr wisst, was ich meine, ist, dass das, das ist ja unglaublich. So, Seda-Wort, so, Seda-Wort, da gehen wir mal kurz gucken. Da irgendwas gedroschen ist, Vorsicht hier, noch fallen und so, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der gespeichert hat. Ich weiß ehrlich nicht, wo der letzte Speicherpunkt ist. Was ist hier? Na, licht ne Tür. Kann man machen, ne? Gibt's denn hier irgendwo Gesundheitshypo für das kleine Onkelspielkind? Nein, wieso nicht? Verdammte Scheiße, ich will Gesundheitshypo. Guck dich mal die Fußspuren an, das ist doch kacke. So, okay. Oh Gott, da kommen wir aber her, ne? Da muss ich wieder balancieren, das will ich eigentlich gar nicht. Seda-Wort. Komme ich hier rein? Okay, da brauchen wir wieder einen Nagel, okay. So, mal ganz kurz gucken. Ne, Moment. Der muss auf jeden Fall so. Gibt's keine andere Möglichkeit, oder? So, das ist auch okay. Das ist auch okay. Das geht nicht. Das kann nicht gehen, okay. Dann müssen wir den anders setzen. Das geht auch nicht. Da geht nur der. Gut. Okay, dann müssen wir den nochmal drehen. Dann müssen wir... Die hopfen immer... Die springen über einen, so. Wumm, 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 Wumm. Das passt, so. Das passt auch. Und da... Komm, jetzt geht's. Oh, Mann. Oh, ich wollte doch nur... So, Moment. So, da ist er. Okay, jetzt muss man ganz... Eigentlich dürfte hier nichts passieren. Der hinterlief, was liegt da? Taschenlampe, ne? Ich will keine Lampe. Ich bin mal im Feuer, aber ich finde ich irgendwie viel cooler. Äh. Äh. Ist da was? Was ist das hier? Keine Fallakten? Oh, da können wir was einhauen. Super. Tabby Boy, zeig, dass du ein Kerl bist. Oh, uah. Komm, ran. Uah. Machen wir so einen Hammerschlag. Uah. Zamm. Zamm. Oh, so Gewalt. Ja. Gewalt am Samstag. Coole Sache, das. So hindurch quetschen. Hm, was denn das? Jigshaus Arbeitstisch benutzen? Jigshaus Arbeitstisch benutzen? Wie Jigshaus Arbeitstisch benutzen? Was sind das, äh... Was kann ich denn da machen? Arbeitstisch... Betäubungsfallenpläne. Okay. Okay, äh... Abbrechen? Könnte ich ja sonst noch was machen? Ja, nur Betäubungsfall. Jetzt habe ich Betäubungsfall oder was habe ich jetzt? Nö. Habe ich jetzt eine Betäubungsfall? Im Moment, ähm... Wo sehe ich denn nochmal meine Waffen? Äh... Habe ich die nicht genommen oder was? Erstellen? Könnte ich ja sonst noch was erstellen? Moment. Ne. Aber verstehe ich nicht ganz, aber okay. Wird vielleicht später nochmal wichtig. Ich fürchte das ja schon, dass das später nochmal wichtig wird, Leute. So, hier... Sehe ich da irgendwas aus? Eine Menge Riesel, den Schnee. Hm... So, wo muss ich jetzt hin? Verdammte Kacke. Wo muss ich jetzt hin? Wo kamen wir denn eigentlich hin? Wie kamen da... Da kommen wir nicht rein? Okay. Wir müssen uns da wieder durchquetschen. Auf jeden Fall ist hier... Hier auf jeden Fall unterwegs, der alte Pille, Mann, ne? Ist das der Schweinekopf, Mann? Was? Ach, das war ja nur hindurchquetschen. Okay. Taschenlampe. Wie sieht denn das mit der Taschenlampe so aus? Ja, ist schon zielgerichtet, der da strahlt, ne? Aber... Wollen wir mal die Taschenlampe mitnehmen? Eigentlich liebe ich ja mein Feuerzeug. Ne, ich... Die Leute, seid mir nicht böse. Ich will mein Feuerzeug. Ich, 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 äh... Ich, ich, äh... Will mein Feuerzeug behalten, ne? Es ist, hm... Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt muss ich da wahrscheinlich wieder balancieren, ne? Ich krieg schon wieder zu viel, ey. Was ist jetzt hier noch? Waren wir da schon drin? Ja, ich glaub... Ja, da lag die Tür, genau. So, ich glaub, wir müssen echt in diesen komischen... Naja, ich weiß. Finde ich irgendwie gar nicht komisch, ey. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Mal gucken, wo er jetzt gespeichert hat. Also, wenn er jetzt wieder ganz oben anfängt oder so oder wie auch wirklich. Ich weiß nicht, dann, 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 dann geb ich auf, liebe Leute. Dann mach ich's nicht mehr weitermachen. Ich sie's denn, dann, dann tue ich's nicht mehr. Dann werd ich's nicht mehr... Wo sind wir, wo sind wir? Finden sie das? Ne, ne? Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Freunde. Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal spielen? Okay, meine lieben Leute, das will ich euch jetzt beim besten Willen nicht antun. Wir sehen uns dann, äh, später wieder. Wir sehen uns. Liebe Jigsaw-Gemeinde. You're late. Partners hold the key. Dann bin ich wieder. Ne, ich hab jetzt einiges gemacht, was wir schon gemacht haben. Deswegen, das wollte ich euch jetzt tatsächlich nicht angeben. Der hat übrigens immer noch nicht gespeichert. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwas schief geht, kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Und von der anderen Seite verriegelt. Okay, und dann kommt auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen muss, ne, weiterspielen oder nicht weiterspielen. Weil wenn ich das jetzt alles nochmal machen müsste, würde ich, denke ich, schlecht mal drauf kommen. Soll das es verriegelt? Okay. Da können wir auch nichts machen, aber hier können wir nochmal... Sind da ein paar Finger? Hängt da Finger an der Wand, liebe Leute? Das ist, äh... Das sind wahrscheinlich Maika-Würstchen, ne? Da hängt eine Hand. Oh Gott, da seh ich schon wieder... Ja. Na, Kollege, jetzt sehe ich dich ganz, ne? Alter, ich sehe da alles gut. Wir haben auch, glaube ich, keine Gesundheit-Type mehr. Ne, ich habe keine Gesundheit-Type mehr. Also das ist, äh, echt, das ist richtig krass, wenn jetzt so irgendwas schief geht. Set a word, okay. Äh. Okay, da muss ich wieder einen Nagel, okay. Mh, 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 mh. Ne, Moment, da wollte ich gar nicht hin, da, Moment. Das muss ja auf jeden Fall so. Das ist schon mal gut zu wissen. Äh, da wollte ich das, ist so, Moment, dann... Der überspringt immer allen, sieht er, dass ich will immer... So, okay, macht aber nix, kriegen wir hin. So, das passt, das passt. Okay, das, 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 das muss dann nochmal geändert werden. So, okay. Ey. So, zack, dann den. Ey! Ey! Mensch, jetzt geht da hin, boah, siehst du zum Kotzen hier, sagst du nicht. So, bitte sehr aufmachen. So, wo sind wir jetzt? Krieg ich jetzt hier endlich ne Gesundheitshypo? Bitte, ich brauch ne Gesundheitshypo. Farbverdünner. Oh Gott, da seht ihr schon wieder, da seht ihr schon wieder ein Rätsel auf mich zukommen. Nichts gefunden, nichts gefunden. Boah, gab's aber Taschenlampen, es gab, am Anfang gab's echt so viele... Was ist das jetzt, Moment? Äh. 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 So. Mal gucken, ob das passt. Ähm, ich brauch unbedingt Gesundheitshypo, liebe Leute, sonst haben wir irgendwie echt ausgeschissen, weil allein durch die, 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 ähm... Gesundheitshypo, danke. Allein durch die ganze Scherbenscheiße, die hier rumliegt. Und was ist das jetzt hier? Entriegeln, oh Gott, oh Gott. Will ich das entriegeln? Ich will einen Speicherpunkt! Muss ich jetzt wieder was drücken? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, sind wir im Kreis gelaufen. Ja, super. Moment, jetzt mal ganz kurz gucken. Ähm, das war also entriegelt, okay. Tür schließen. Gott, Tür öffnen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, liebe Leute? Äh. So, Kontrollpunkt. Boah, war das bitter. Das war, glaube ich, der längste Part, den wir je machen mussten. Ich musste jetzt echt, das ist unglaublich. So, auf jeden Fall, er hat gespeichert. Das bedeutet aber, nichts Gutes hier, denke ich mal. So, es ist drücken, 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 nichts drücken, okay. Hä? So. Steht ja was, da kleben ein paar Hände an der Wand, beziehungsweise ein paar Abdrücke, ne? Hm. Okay, äh. Äh, da ist noch ein Schrank. Gib mir gesunder Zahnrad, okay. Zahnrad, Zahnrad. Wenn sich irgendwo mal eine Wumme anbietet, wie diese verkackten Baseballschläge, kannst du echt vergessen. So, öffnen. Äh, was haben wir hier? Fallakte. An den Insassen wurde dabei erwischt, wie er unten bei der Kapelle einen Draht über den Gangsperren spannen wollte. Wo muss er da? Ähm, auf diese Weise gedachte er, das Pflegepersonal von Fall zu Fall zu bringen und ihm, wenn möglich, nationalen, und wenn dann halt eine Austausch, die an dem Stolperdreiter... Ich will es gar nicht wissen, liebe Leute, ich will es gar nicht trinken, die, 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 die haben, äh, haben wir eben schon irgendwie mitgekriegt, die sagten, gib mir ein Gesundheitshypo. Bitte gib mir Hypo! Bandagen. Okay, wenigstens Bandagen. Ist ja noch was drin. Okay, Zahnrad komplett, Schleppertrad komplett. Ähm, den haben wir, glaube ich, schon, ne? Äh. Na, Schrotflinte. Wenn man eine Schrotflinte finden, ey! Okay, so, wo, wo, geht's hier, geht's hier hoch? Ne, okay. So, wo sind wir jetzt? Oh, mein Pad ist schon wieder am durchdrehen, beziehungsweise... Oh. Aber ne, nicht wegen so einem verkackten Baseballschläger. Das, äh, ich will euch keine Zahn... Da ist ein Stolperdraht. Komme ich da dran? Falle entschärfen. Äh, okay. Ich will euch keine Zahnräder mehr zumuten, meine lieben Leute. Das hat mir, glaube ich, zu Genüge. Okay, da ist aber auch nichts drin. So, zam, zam. Wo kommt? So, ein Durchquetschen, bitte sehr. Oh, ist hier das Solarium, oder was? Das ist ja schön. Hier ein bisschen braun werden. Wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Pipi, haben wir schon mal gemacht. Da war doch was, da war doch was. Oh, 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 oh. Da war doch wieder einer mit so einer Maske. Ich glaub, der Kollege hat's hinter sich. So. Ganz kurz hier wieder in den... Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Nichts gefunden. Wer richtet denn so elendig Leute hin? Mal gucken, das ist ja... Das ist ja schrecklich. Ich stelle immer vor ihr verreckt auf den Scheißhaus und dann so. Mein lieben Leute, ich bin schockiert. So, was steht da? Äh, Moment. Kill. Did you die kill? Warte mal. Äh. Spektor. Kill. Oh. Oh, Juhu. Oder irgendwas. Ich weiß. Äh, okay. Den Knaben haben wir ja schon. Gibt's da? Da ist ein Rohr. Du kannst ja ein verkacktes Rohr behalten. Hast du eine Gesundheitshypo? Danke. Oh, ich hab selbst ein Rohr. Ich brauch ja das Scheißrohr nicht. Da ist wieder alles voller Glasscherben. Da brennt eine Tonne. Waren wir hier schon drin? Nee. Nee. Okay. Doch, hier waren wir noch nicht drin, ne? Was, 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 Bandagen? Okay, Bandagen können wir nicht aufheben, weil wir gerade gesund sind. Beziehungsweise unsere, unsere, äh, Konstitution ist nicht so im Arsch wie das hier. Hier, Junge, mach gut, ne? Es ist, äh, tut mir echt leid für dich. Es ist, äh, schade. Aber, ja nun. Dann müssen wir hier weitergehen. Äh. So, Kontrollpunkt. Äh. Okay. Okay. Ich will aber nur mal ganz kurz mir jetzt hier, äh, komm ich da, komm ich da irgendwie drum rum? Ja, weil ich will mal ganz kurz die Bandagen nochmal holen, liebe Leute. Aufheben. Okay. So. Okay, der Achtung muss ich ja wieder rum, sonst verletzt er sich ja wieder. Nö, der ist ja so zartbeseitigt, der Gute. Gut, ich meine, mit Barfuß hier durchzulaufen ist schon eine harte Nummer. So, mein Pad ist gerade wirklich batterietechnisch, denke ich mal am Ende. Mh. Und wir gucken mal. Leitpartner und so, wer holt zu Kies, genau. Hier waren wir ja schon. Können wir irgendwas mitnehmen? Gut, hier im Solarium, liebe Leute, würde ich sagen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, und, ähm, wir sind spät dran, hat er gesagt, ne, steht da zumindest in Blut und hast du nicht gesehen und ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Haltet euch wacker und macht euch, äh, ja, ein paar nette, äh, Stunden und so, ne, und, äh, ja, lasst euch von Zorn nicht auf dumme Gedanken bringen. In diesem Sinne, ab in die Rede, lieber euer Jigsaw45 sagt, äh, tsch, tsch, tschau, tschau. Ja, 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 ja. In diesem Sinne, ab in die Rede, lieber euer Jigsaw45 sagt, äh, tsch, 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 tsch. Untertitelung des ZDF, 2020